Alter, der provoziert mich voll. Nee, ich guck dich nicht an. Hier, die Ecke ist wunderschön. Weißt du? Ich esse mir jetzt ein Butterbrot. Hattest du jetzt schon mal zwei, drei Endermans um dich rumtouren und die ganze Zeit vor dich teleportieren? Nein. Ich hab's grad. So. Ja Leute, ne? Die haben mich auch lieb. Könnt ihr mal hier zum Team was oder so? So, jetzt kann ich erst mal warten bis hier die ganzen Öfen gebrannt haben. Schauen wir mal um die Ecke. Durch. Hallo. Endermans. Endermans. Boah. Bei mir glitzert's schon wieder. Vom Enderstaube hier oder was das ist. Hallo. Auf den Bund gucken. Hallo. Ist das jetzt gut, ja? Das liebe ich ja, ne? Haben sie jetzt kapiert, dass ich sie nicht angucken will? Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö man nix mehr ja wenn wir nicht mal mehr granit doch hier ist eine menge also habt ihr daran ja wo ist das zeug nicht halte wer packt in die erde die kiste da gibt es auch viel schönere dinge so 5 konzert zu einem wohnen sind ja komm hier soll ich auch noch die einen die kiste zu packen so sinnlos wie bauen ob er echt nur fünf granit da hinten drin fünf granitischen sind in der kiste entnähe aber hier liegt auch eine menge noch rum na gut ich kann den sandstein ja auch mal reinpacken wird wahrscheinlich ein lager verschwinden aber das ist sogar noch sandstein bist du bei mir oder ja er ist das leute warum packt ihr den sand nicht zu sandstein zusammen ja gut manchmal brauchen wir noch sand aber eigentlich relativ wenig es wird schon wieder nacht wer hätte es gedacht reicht das überhaupt ein tnt ein zombie eine spinne ein skelettor ich war doch noch am kräften da wollt ihr nicht entsäften nein das geht doch nicht so immer diese reine war schrecklich ja kommst du her und du auch noch ihr kriegt mich nicht klein so obwohl die kleinen sind ja schlimmer als die großen ne ja finde ich die kleinen finde ich richtig nervig und lästig und so die großen ist ja relativ schnell glatt aber den kleinen müsste ich einmal so bücken und so und ja nun 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 dann greift euch einen erst hier rein das will mit den kleinen kinnies weißt du weißt den finger und die besen drin so jetzt verkugeln auch noch mal eine zigarette wie schön ja wer will hier was eine zigarette eine zigarette ja so knochen haben wir auch noch da ich wusste genau dass du jetzt kommst oscar hier du willst auch noch einen auf die palme ist richtig so haben wir noch jetzt haben wir vielleicht super braucht den mensch aber her damit ein bisschen grieper den könnte ich erschießen haben sogar getroffen jetzt muss ich noch ein ticken höher wunderbar zwei schuss weg ist auch also wie clean stone brennt einfach mal nur xp die war gut hin zu nur in die xp kippt wenn du Prozent wenn die klinischen wir haben das ist eine der Weg für doch aber nicht wir haben dann lass es halt im Ofen alle kohlen zu bringen mehr Lalalala, machen wir es halt so Ich glaube mit der Schippe geht es besser Aber auch nicht wirklich Aber es geht Nein, du darfst draußen bleiben Ja, bäm Bäm So Wo haben wir das Stück Zaun? Zack, und den machen wir wieder zu Wunderbärchen Das sind wir schon wieder So, jetzt haben wir ein bisschen Ruhe hier Dann würde ich sagen, wir werden uns hier wieder ein wenig entladen, beladen, verladen Und danken euch fürs Zuschauen und sehen uns dann später wieder See you later